Ich habe mir noch was gekauft und ich habe mir noch was gekauft. Was soll ich denn sagen? Fleisch und Kuhl. Ich habe auch gekauft. Und drei Gansel. Früher bin ich mit drei Gansel gebraten und ich habe mir gekauft. Drei Gansel und fünf Schnitzel. Alles fertig schon zum Essen. Für zwei Leute. Für zwei Leute. Das haben wir wenigstens. Ja. Und du willst mir gleich einmal Bier zahlen. Der Eimli ist gekommen und hat ihn fast nicht gekauft. Er hat gesagt, ich darf nicht mit einem Beton kommen lassen. Polonese. Polonese. Mein Bruder hat keinen Herd. Ich gebe ihm eine Bosel. Ich gebe ihm eine Bosel. Mit einer Zunge. Ich gebe ihm eine Bosel. YouTube. Das wird er. Er gibt es in YouTube. Auflöch hat es der Gordel nicht an. Dass du saufst. Ich war halt noch geringfügig. Das heißt. Ja, Franzi, er sauft. Das ist auch nicht. Franzi sogar. Da ist er. Das ist ja verrät der Gord. Das ist ja verrät der Gord. Das ist ja verrät der Gord. Ja, der ist aber. Schätze ich gar nichts. Schau, jetzt hat es eine Franzi. Ja, sicher. Das ist die Saufen durch. Bei normalerweise hat es das Kohlverbot. Da kriege ich ja gar nicht mehr. Ja, da kriege ich ja gar nicht mehr. Ja, da kriege ich ja keinen mehr. Ich bin nicht schon unser Besuch. Ich weiß, ob man kein Geld kriegt. Ich bin ja in der Kahl investiert. Ihr habt 50 Euro, was du verputzt hast, eine Mauer aufgestellt. Ja, 50 Euro in der Stunde habe ich eine Mauer aufgestellt und verputzt und ausgemalt. Und die Alten waren sehr zufrieden. Die Alte hat mir eine Mauer gegeben und ein Essen gegeben. Was hast du eine Mauer aufgestellt? Eine Tischenwand. Ich habe in der Kuhstuhl auch verputzt. Du hast nur 50 Euro verlangt? 50 Euro in der Stunde. Ach so, schon. Wie viel Tag hast du gebraucht? Eine Woche. Du musst nicht nur gestopft sein von dem Geld. Meine Frau hat es gebraucht. Das Geld? Ja. Sie sind mir sogar hingefahren zu sehen. Ja. Da warst du ja bei der Frau, du kannst ja gar nicht saufen, wenn er gar nicht ausstecken hat. Nein, ich habe alles heimgebracht. Ich habe alles heimgebracht. Also ist besser die Alte gesaufen, als wie du. Ich will die Alte schaufen schicken und dich zu verhandeln. Ja. Das macht sehr. Aber zu sie, aber zu ich. Das passt schon, meine Frau.